Yo Leute, hier ist der Ovechix und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Little Nightmares. Im letzten Part sind wir ja vor den Chefkochs hier weggerannt. Das haben wir auf jeden Fall richtig gut überstanden. Auch wenn es mal einen kleinen Fail gab, aber ich sag mal, bei dem Game ist das verschmerzbar. Ich muss euch wirklich sagen, das Game hat mich absolut in seinem Bann geworfen. Oh. In seinen Bann gezogen, geworfen. Nee, gezogen natürlich. Richtig episch. Und wir haben damit das Level, die Küche, abgeschlossen und sind nun in einem neuen Level. An der Freiheit. Auf einem Schiff sind wir okay. Ach, deswegen hat es auch immer so geschaukelt. Jetzt verstehe ich das. Und wir sind quasi an Land, wenn ich das richtig sehe. Aha, okay. Ja, hätte man vielleicht drauf kommen können. Aber nun weiß ich zumindest, wo wir sind. Aber ziemlich krass, wie klein wir im Vergleich hier zu so einem Schiff sind. Echt cool, ey. Also grafisch finde ich das absolut geil. Und ist unser Ziel eventuell von dem Schiff abzuhauen? Wer weiß. Ja, hier unten sind die ganzen Passanten, die reingehen. Die ganze Menschheit. Vielleicht ist das ja eine Arsche Noah. Oha, wo sind wir jetzt? Auf jeden Fall ziemlich düstere Musik. Und das wackelt die ganze Zeit. Das werden bestimmt die ganzen Menschen sein, die über uns laufen. Ja, hier sind sie genau. Hallo Jungs. Oh, und hier oben ist das der Chef von allem. Ach nee, das ist hier dieser vom Anfang. Okay. Alles klar. Ist das die Organisatorin? Scheiße, hier haben wir schon wieder die Kochs, oder? Oder sind hier einfach welche, die gerade schön essen? Ja. Anscheinend schon. Viel zu viel Essen. Guck mal, was die Leute hier alles haben. Die schmatzen und essen ohne Ende. Lol. Alter. Hätte ich jetzt entkommen müssen bestimmt, oder? Da hätte er mich eh gesehen. Ja, ich gehe davon aus. Also hier müssen wir reine weg entkommen. Tschüss. Ja, Jungs, ihr kriegt mich nicht. Du kriegst mich niemals. Alter. Guckt sie euch an. Wo muss ich jetzt hin? Ah, ich muss doch hoch. Okay. Äh. Seid ihr einfach viel zu fett. Tut mir leid für euch. Jetzt hätte er einfach hinten weg umfallen müssen. So, hier hoch. Boah, wie gierig die sind, oder? Hä? Wo muss ich jetzt hin? Ach, ich muss den Stuhl hier... Ne, ich muss durch den Stuhl und drunter kriechen. Ja. Boah, krass, oder? Ach ne, es ist einfach nur ein Secret. Anscheinend. Mhm. Also diese Szene gibt mir gerade ein bisschen zu denken, weil hier wird, denke ich mal, erzählt, wie die Menschheit so ist. Wirklich Haufen fressen. Obwohl sie es eigentlich gar nicht brauchen. Ich muss doch bestimmt über den Tisch, oder? Nee, ich... Ich kann hier gar nicht hin. Oder kann ich den Tisch... Nee. Hä? Also ich muss auf jeden Fall irgendwas mit der Wurst machen. Oder ich muss hier hoch, ja. Hallo? Na? Okay, ich hätte irgendwas mit dem Messer machen müssen. Boah, der hat mich eiskalt verschlungen. Eiskalt verschlungen hat er mich. Okay, also, ich muss irgendwas mit dem Messer machen. Anscheinend muss ich damit irgendjemanden in den Fuß stechen oder sowas. Los, komm. Ja, ihr kriegt mich nicht. Alter! Hahaha, shit. Aber die hören auch einfach nicht auf, ne? Da ist egal, was da passiert. Da kann sonst was passieren. Hä? Okay, also. Ich muss tatsächlich... Okay. Ach, ich muss hier hin. Okay, das hatte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, ich muss echt irgendwas mit der Wurst machen. Nee, hier muss ich ja auch nicht hin. Aber hier ist doch ein Durchgang. Ach, nee. Doch kein Durchgang. Kein direkter zumindest. Aha. Ich muss ja draufjumpen. Spring! Boah! Sehr gut. Alter, wie die fressen. Warte, manchmal ist er bestimmt hier rüber. Shit, 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 shit. Alter, wie die hier rumkriechen. Und nochmal zurück. Und los. Hä? Was war denn jetzt? Lol. Okay. Das habe ich jetzt... Habe ich mich an der Flasche festgekrallt, oder? Was war jetzt passiert? Ja, du kannst mich schnüffeln, wie du willst. Du wirst mich aber nie bekommen. Und... Alter, ich habe mich doch festgehalten. Was war denn das jetzt wieder? Ach, Leute. Heute gibt es nur Fails. Ein reiner Fail-Part. Obwohl ist es noch nicht so krass. So krass ist es jetzt auch noch nicht. Oder was meint ihr? Hält sich noch an Grenzen, oder? So, jetzt aber. Springen und loslassen. Sehr gut. Boah, wie krass. Wie viele Leute sind denn das, bitte? Lol. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier kommt er... Hier kommt er nicht durch. Ah, ich muss auf ihn drauf springen, oder? Ja. Tschüss. Los, lauf, 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 lauf. Alter, ich bin doch durchgewasht. Shit. Starte ich jetzt wieder von unten? Ne, zum Glück. Das ist ja ein richtiges Festmahl, was die genießen. Also da kocht, hat er auf jeden Fall jede Menge zu tun. Boah, war das knapp. So, jetzt aber. Aber da krabbelt ganz schön schnell. Das muss man eben lassen. So. Oh, und hier oben ist nochmal so ein Teil. Natürlich kommt der Bastard. Los, lauf, 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 lauf. Oh, zum Glück. So, die Tür hat er hinter sich jetzt zugeschlossen. Lasse. Ach, ne. Er geht wieder, okay. Kommt er jetzt nochmal? Nö. So, was muss ich hier jetzt machen? Ich muss auf jeden Fall dort hoch. Okay. Mit dem Spiegel muss ich nichts machen. Kann ich hier hoch machen? Nö, kann ich auch nicht. Hä? Oder kann ich hier irgendwie mit dem Teil? Nö. Nö. Muss ich hier irgendwas aktivieren? Nö, anscheinend nicht. Dann gehen wir einfach mal wieder raus. Aber das geht gar nicht, oder? Nein. Ich kann mich auch mal. Ja. Ja. Ich muss hier durch. Ja, nun. Aha. Also, ziemlich geil. Ziemlich geil. Level Design. Alles mögliche. Da haben sie sich echt wahnsinnig viel Mühe gegeben. Ziemlich geile Ideen. Oh, nein. Ja. Ich bin gleich gestorben. Also, dass man runterfällt, das ist absolut nicht gewollt. Shit. Jetzt kommt der Roll natürlich nochmal. Ja, ja. Komm, komm, komm. Komm. Rein damit. Oder rein mit dir, besser gesagt. Hallo. Na? Suchst du mich? Findest mich aber nicht, ja? Haha. So. Ich gebe nochmal die Dose her. Eigentlich war es krass gewesen, wir haben jetzt noch von den Glassplittern aufgespießt worden. Und jetzt auf jeden Fall ganz vorsichtig machen bei den Rohren. Ich gehe davon aus, ja, wir müssen in den Fahrstuhl. Aber zuvor aktivieren wir noch das hier. Sauber. Und ciao. Haha. Safe Point, okay. Okay. Können wir hoch? Nö. Aber wir haben ja noch eine Kerze. Irgendwie ist das gerade ein übelst krasses Geräusch. Sind das nochmal solche Gestalten? Boah, was? Alter, wie viele Leute sind dort drin? Lauf, 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 lauf. Alter, sei's Laufen. Oh. Junge. Wie viele Leute kommen da hier? Oh, los. Lauf. Oh. Sauber, Weg versperrt. Auch für mich. Komm. Lauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eng, dich fest. Boah, war das eng. Alter, war das eng. Was ist denn das hier für ein Hut? Okay. Boah, Leute. Was für eine Verfolgungsjagd. Ziemlich krass. Aber ich glaube, das war's noch nicht. In keinster Weise. Aber natürlich haben wir wieder Hunger. Was soll's? Also was sonst, ne? Aber er gibt's doch bestimmt was zu essen. Er hätte sich doch auch mal so eine Wurst nehmen müssen. Also können wir von uns. Sinnlos. Ja, komm, das schaffst du nun noch schon. Na los. Ja, und unser Freund bietet uns eine Wurst an. Ja, komm, komm. Vielen Dank. Alter, was? Und wir essen ihn? Wieso isst du ihn? Alter, es ist gestört. Alter, wieso haben wir jetzt ihn gegessen? Heftig. Leute, ich würde sagen, hier beenden wir mal den Part in der krassen Szene. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns auf dem nächsten... Nächsten Mal... Nächsten Fall im nächsten Mal wieder. Boah. Zungenbrecher. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein, Leute. Ne? Ciao. Bis zum nächsten Mal.